Asterix ist ein auffallend typstarker Cremello-Wallach im mittleren Rahmen. Vor genau fünf Jahren verkauften wir Asterix aus der Aufzucht an seine jetzige Besitzerin. Dort wurde er absolut umfassend ausgebildet und hat sich zu einem Pony für wirklich alle Lebenslagen entwickelt. Dressulich ist er auf gutem AL-Niveau ausgebildet und beherrscht alle Lektionen der Klasse L sicher und lässt sie von seinem Reiter abrufen. Auch bei schwächem Reiter gibt dieses Pony sich größte Mühe, um alles richtig zu machen. Er steht sicher an den Reiterhilfen und arbeitet harmonisch mit seinem Reiter zusammen. Neben der Dressurarbeit kennt Asterix zudem Parcourspringen und ausgedehnte Ausritte im Gelände. Untertitelung des ZDF für funk, 2017